So, wir sind jetzt schon wieder bei der nächsten Aufgabe und zwar Ballon auf Abwägen. Dazu müssen wir drei Radartürme bauen in einer 40-plus-Zone. Aber es gibt keine Radarbau-Mission, deshalb müsst ihr halt gucken in der 40-plus-Zone, wo dann Radar ist und das halt dann bauen. Und, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ich habe wieder den Mega-Fail gemacht, Privatsphäre auf Privat und dadurch keine Mitspieler gefunden. Also, eben mal schön darauf achten, dass das drin ist. So, wir suchen jetzt eine Gruppe. Ah, ich schicke mich wieder auf den Blitz. Weil da auch deutlich mehr Leute zu finden sind. So, wie sieht die Gruppe aus? Ach, alles selbe Niveau. Also, eigentlich recht gut. Mal stumm schalten. Dann gehen wir mal rein da. Und hoffen halt, dass wir auch direkt ein Radar finden. Jetzt könnt ihr euch schon mal auf eine lustige Folge gespannt machen. Ich und Bauen. So, da der Ladebildschirm ist, ihr wisst ja, liked seid, kommentiert seid. Wenn noch kein Abo da gelassen, ist gerne ein Abo da gelassen. Und ihr seht auch unten, acht Zahlen sind da. Aber nur 60 Abonnenten. Da wollte einer lustig sein, 20 Abos reingehauen, 20 Abos wieder rausgezogen. Also, wie gesagt, die neunte Zahl gibt es halt wirklich erst bei 90 Abonnenten, so leid es mir tut. War da auch selber ein bisschen angepisst, in Anführungszeichen. Weil so hat gehört sich in meinen Augen nicht. Er hat wohl gedacht, wenn ich die anderen zwei Zahlen habe, kriege ich den Code geknackt. Aber, zum Glück hat er nicht geknackt. So, wo join ich denn mehr? Das ist ja seine Mission. So, direkt mal gucken. So, Radar ist eh immer außen. So, was ist das jetzt hier denn ernst? So. Das hier ist dein Ernst. Was hast du vor? Oh, Mann, ey. So ein richtiges kleines Abfuckkind. Ja, ich kann es überhalten. Juckt mich nicht. Nee, will ich nicht. Ich will sie nicht. Juckt mich nicht. Hier ist einfach nicht kapiert. Was ist deine Mission? Oh, was wollen die denn jetzt alle hier? Ach, die blöden Wände. Ich kenne sie noch. Ähm, bbbbbbb, ob der Baumeister ist. Zack, hier ist einmal voll. Also jetzt gebaut? Nein. Zack. Ähm, zack. Da müssen wir die ganze Wand. Nein, entschuldige, die ganze Wand. Also, hier war ein ganzer Boden. Aber so langsam, aber sicher, kenne ich es auswendig. Da war das. Hä? Da war das. Zack, da war es genau umgekehrt. Ich habe es jemals mit dem Editieren richtig hinkriegt, ey. So, hier war noch eine ganze Wand. Ja. So, dann haben wir hier die Treppe. Ähm, bbbbbb. Zack, zack. Zack, zack. Ach. Hier ist da unten das Leck. So, dann fehlen jetzt eigentlich schon noch da unten die Wände. Das haben wir, das haben wir. Wie war das? So, so. Das weg. Dahin. Und selbe, glaube ich, noch auf der anderen Seite. Zack. Aber hier im Zwischengeschoss hat, glaube ich, noch was gefehlt. Ja, die Außenwand. Zack. 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 So, jetzt noch einmal hochaktivieren. Dann haben wir den ersten schon fertig. Juhu. So, das Ganze müssen wir hier dreimal machen. Wo haben wir noch eins? Nein, die haben noch eins gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen hier in der Welt haben. Sicher bin ich mir nämlich jetzt nicht. So, einmal durch. Also, wie gesagt, meistens, also die sind eigentlich immer nur außen. In der Mitte, glaube ich, wenn überhaupt. Doch, ich habe es mal irgendwo in der Mitte gesehen, aber generell sind die eigentlich ziemlich außen. Das sieht schlecht aus, dass hier noch einer ist. Aber ich meine, es waren immer mindestens zwei. Das ist natürlich hier alles von meiner Bauerei ungeändert. Aber ich denke mal, ich habe es euch jetzt einmal gezeigt, wir spielen die Mission zu Ende und die anderen zwei baue ich halt dann, wenn ich Solo spiele. Also, was heißt Solo, ich halte dann allein bin. Ich brauche euch jetzt nicht alle drei zu zeigen, wie ich die gemacht habe. Wo einer reicht, ja. Wo haben die eigentlich den Bus versteckt? Mal gucken, ob da hinten vielleicht mal einer ist. Ich werde jetzt erstmal hier alles ändern, ey. Hier ist auch keiner mehr. Die Schweber machen einfach so viel Schaden. Na, ist gut. Man kann es direkt mit der Mission hier weitermachen. Nicht, dass es wieder heißt, ich hätte der Aufgabe nicht beigetragen. Sonst haben wir keine Radar, ne? Da nicht, da nicht. Ne, nur ein Radar hier in der Welt. Ach, ne. Ich werde noch in die Tierprofi. Und das Ganze halt, wie gesagt, drei Mal. Und dann gerade ich als Bauhasser. So, wo sind sie dran? Ach, hier ist der Bus. Der Bus ist mit den Leuten, die es nicht interessiert. Kann ich die Wand eigentlich flach machen? Warum baut der da auch hin? Es reicht doch, wenn die innere Kerne voll ist. Warum baut der denn so riesig? Und jetzt? Ist dem Bewusstsein, wenn ich höre? Oh Mann. Na komm, verstärken wir mal den Kern. Sag mal, habt ihr alle Waffen zu viel? Dankeschön. Ich krieg hier noch ein Föhn mit denen heute. Habt ihr ja öfter Suchsuchgruppen? Ich hab ihn ja öfter Bad. mél, knife. Ich hab ihn ja öfter 2020inen. Was hat die clinics? Sie war ein Föhn. Was ist es der Grinland? Immer im Fifth verdad? Weil immer der größte. Vor allem auf Trayden habe ich sowieso keinen Bock davon abgesehen. So, gerade die Wände oben bauen. Ach, was hier die Holzscheiße soll, ey. Das führt nur wieder dazu, dass wir dann nichts finden. Geht nicht. Ach, geht alles. Ich bin ein Bär. Ach ne, wir brauchen noch ein Blue Crew, sonst können wir eh nichts anfangen. Aber das haben wir schläge gefunden. Nein. Stopp. Stopp. Ist das dein Ernst? So, kommen jetzt die ersten von da oder von da? Warum kommen denn so viele direkt? Warum kommen denn so viele direkt? Wieso macht er auf? Oh man, ey. Pssst. Läuft bei mir. Und noch auf der anderen Seite verteidigen. gar keiner. Das hier ist ja wieder eine geile Gruppe. Wunderbar, Leute. Beste Gruppe, die ich je hatte. Das hat's gebracht. Oh man, ey. So, wir probieren es direkt noch einmal. Aber im Prinzip, ich hab's. Obwohl, ich brauch's ja eigentlich schon mal probieren. Wie gesagt, baut einfach den Radarturm. Ich setz mich jetzt in aller Ruhe hin. Macht die Mission fertig. Und die Belohnungen, alles welche mit euch öffnen. Aber ich glaub, da ist nix genaues. Hat mir so viel gefallen. Zur Zeit die Gruppen, die sind echt bisschen schwieriger geworden als früher. Weil irgendwie nehmen die das alle im Ernst. Und ach joo, egal. Ich versuch mal da zu traden und da. Ich glaub, das wird nicht so einfach, diese Türme zu bauen. Und dann noch erfolgreich die Mission zu haben. Aber ihr habt's ja jetzt gesehen. Ich werd's halt in aller Ruhe machen. Oder im Livestream, falls ich's heute nicht fertig krieg. Und dann werden wir einfach mal gucken. Ich hoffe, ich konnte euch schon mal weiterhelfen, was ihr machen müsst. Ihr müsst halt nicht wie ich an der Mission scheitern. Sondern die Mission auch schaffen. Ja, ein epischer Überlebender. Aber das werden wir ja hinkriegen. Ich würde sagen, mach ich mal hier Schluss mit der Folge. Mach dann hier die 3 Türme grad schnell. Hoffentlich schnell. Und dann bin ich halt schon mit der nächsten Aufgabe da. In dem Sinne sag ich mal, haut rein.